So, da sind wir wieder. Äh, hier. Und das gewählt Gold du bestimmt nicht. Los, schlag Härter zu. Viel Härter. Ja, genau. Hm. Manchmal kommen hier Geiste, wenn man das macht. Aber diesmal anscheinend nicht. Das war jetzt unlogisch. So, aber das Gold können wir jetzt aufsammeln. Ah. Äh, hierher locken, damit sie den kleinen Kerl außen haben. Alarm. Na, klasse. Voll genial. Und wie ich es liebe. Das ist eine Maske. Werden wir die Maske haben? Ja, da werden wir die Maske haben. Ähm, ja. Ich denke, wir gehen mal hier lang. Müssen wir jetzt, glaube ich, links und rechts gehen und da jeweils einen Goldsack holen. Und das ist nicht gerade einfach. Das ist genau wie gesagt ziemlich schwer. Und wenn man zu weit reingeht, dann schießt das Tor. Und man muss einen anderen Weg rausfinden. Deswegen hasse ich die so in der Welt. Ich habe ewig gebraucht, hier durchzukommen. Und ich weiß. Ah, ich glaube, ich führe mich zum Gold, wenn ich sie jetzt beschütze. Wie kommt man hier durch? Ich sehe keinen Weg. Oder doch? Ich sehe keinen Weg. Okay, töten wir die zuerst. Dann schnappen wir uns eine Bombe. Legen sie hier ab. Okay. Gut, jetzt kommen wir hier durch. Aber wir haben die Zwerge verloren. Epic. Hoppla. Hab mich verkriegt. Ja, passt ja perfekt. Gut. Ich weiß selber nicht mehr so genau, wie es geht. Also, ich habe dieses Level nur einmal durchgespielt. Einmal. Oder zweimal vielleicht. Was ist das zweimal? Ich weiß es nicht mehr. Und den Grünen scheinen noch gerettet zu haben. Und den Grünen scheinen noch gerettet zu haben. Rettet den Grünen. Rettet die Grünen. Oh, da vorne kann man noch aufmachen. Ist das gut? Eine Schnecke mit Gold. Und das Gold aus der Schneckenhöhle. Aber im Erbe sicher doch. Sicher doch. Wollen wir das Gold. Ich glaube, wir müssen zuerst den Zwerg loswerden. Hier hinten geht es noch durch. Schauen wir mal, was hier hinten ist. Sieht mir suspekt aus. Sieht mir sehr suspekt aus. Uiihihi. Das hat sich gelohnt. Okay. Ich habe eher Lebensenergie. Ah, jetzt werde ich angegriffen. Das war so klar. Ich konnte nur zwei retten. Na, klasse. Aber immerhin hat es sich gelohnt. Doch, die Behälter kaputt hauen. Gut, jetzt müssen wir die Grünen da durchschicken. Damit sie die Pflanzen kaputt machen. Geil. Das was sich ist aber eklig angehört. Oh, gut, dein Mann ertrank. Kommt, jetzt alle. Wir alle mal hier rum und... Okay. 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 Das schiebt nach einer fetten Bombe aus. Und das war eine fette Bombe. Muss ich noch was wegbomben? Nein. Sieht nicht so aus, als ob wir noch was wegbomben. Okay. Wegbomben. Wie auch immer. Ah, da hinten ist das Schneckengold. Äh. Haha, das wird lustig. Und boom. Äh. Hat er recht irgendwie. Das wird viel zu leicht. Interessant. Das ist wohl das, was wir blödlich eine Falle nennen. Okay, aber wie wir aus der Falle rauskommen. Nächste Episode, Leute. Also. Bis dann.